Ralf Büchi, Ringen-COO und Philipp Gmür, CEO von Helvetia-Versicherungen, laden am Montagabend zum Talk at the Studio ein. Zu Gast ist die Ex-Ski-Rennfahrerin und Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique Gysin. Seit die ambitionierte Engelbergerin im Jahr 2014 aus dem Rennsport zurückgetreten ist, verfolgt sie diverse Projekte. So arbeitet sie beispielsweise auf Hochdruck an ihrer Lizenz zur Berufspilotin, ist Markenbotschafterin fürs Rote Kreuz und coacht nebenbei auch noch ihre Schwester, Michelle Gysin. Im Gespräch mit Christine Meyer erzählt die Physikstudentin von ihren schönsten und schwierigsten Zeiten als Athletin und verratet, was sie im Leben auch abseits der Pisten anspornt. Was mich antreibt, ist vor allem das Feuer. Das Feuer für den Skisport, das Feuer auch für die Fliegerei, was halt etwas Wunderschönes ist, wenn man eine Leidenschaft hat im Leben. Ja, dann ist es einfach natürlich, dass man alles gibt, wenn man schon das Glück hat, dass man das Feuer mit dem Beruf verbinden kann und das machen kann, was man am allerliebsten macht, praktisch jeden Tag. Sie haben uns Fotos aus Ihrem privaten Album mitgebracht, die uns durch den Tag begleiten werden. Das zum Beispiel. Was möchten Sie uns gerne dazu sagen? Ich hoffe, dass Mami nicht zuschaut. Sie hat das nicht so gerne, verständlicherweise. Ja, aber irgendwie meine Geschichte ist nicht komplett ohne ein Verletzungsbild. Wie gehen die Eltern mit dem um? Also wir reden sehr viel über das, vor allem mit meiner Mami. Und ich glaube, es ist für sie auch wichtig, dass sie sich austauschen kann mit jemandem, weil eben mit Marc und Michelle will sie vielleicht auch nicht so, weil sie sie auch nicht belasten will. Und dann hat sie trotzdem jemanden, der das alles erlebt hat und versteht, warum das jemand das unbedingt machen will. Weil meine Eltern kommen nicht aus dem Spitzensport. Sie können manchmal auch nicht nachvollziehen, warum wir alle so den Wahn haben. Ich sage halt immer, schau, Mom, ihr habt uns die Liebe weitergegeben zu diesem Sport. Sie sind auch beide sehr begeistert, die haben sehr gute Skifahrer. Und dann ist das daraus entstanden und wir durften so viel Schönes erleben als Familie. Dieser Moment, der ist uns natürlich auch allen geblieben mit dieser Medaille. Was geht da in einem vor? Ich meine, weit rauf kann man nicht mehr. Ja, also Sochi ist für mich sicher der Moment gewesen, wo ich extrem Frieden schliessen konnte. Mit meiner Karriere, mit meinem Weg, mit allem, was passiert ist. Ich meine, sorry, jeder Hollywood-Regisseur, der sich so eine Story aus den Fingern ziehen würde, also da würdest du im Kino sitzen und denken, hey, no way, oder? Also das kannst du ja nicht bringen. Also, auf ein Hundertstel genau, mit einer der grössten Legenden unserer, also ich nehme jetzt auch wieder Legenden. Es ist fast, Tina Maas ist schon fast ein bisschen ein Märchen, oder 2400 Pluspunkte im Gesamtweltcup. Ähm, mit ihrer gleichzeitig, ja, erst auf ein Hundertstel genau und genau an Olympia und dann noch in der Abfahrt. Ähm, ja, also wenn es, wenn es dir hätte, müsste er träumen, hätte es sicher nicht so träumen. Und Ali hat gesagt, hey, du hast dich ein bisschen übertrieben. Total, ja. Dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen und wildfremde Personen haben mich umarmt und haben angefangen zu schluchzen. Und du warst so, und weil wir Schweizer ja so zurückhaltend sind sonst, du erlebst das als Athletin sonst nie. Oder die Leute haben schon Freude und manchmal kommen sie sogar und schicken sie zu den Kindern und sagen, Geh, geh, das Auto graben. Und das ist ja so schweizerisch, oder? Ich meine, und das geht mir ja genau gleich, als ich das erste Mal in meinem Leben den Roger Federer getroffen habe. Oh, das könnte man schnell sagen. Ah, das ist wahrscheinlich nicht dann gewesen. Oh, das ist dann gewesen. Ah, genau, ehrlich. Das ist genau dann gewesen. Es ist etwa zwei Stunden vorher gewesen. Und dann bin ich zu ihm an und habe gesagt, sieh, Herr Federer, mein Mami hat gesagt. Ist das wahr? Mein Mami hat gesagt, ich müsse ein Selfie mit mir machen. Es ist wahr, meine beste Freundin ist neben dir angestanden und hat sich im Bruch gelacht ab mir. Und ich wusste ja noch nicht, dass wir dann sehr viele Fotos zusammengewerden haben. Es gibt ein ganz schreckliches, völlig vergewackeltes Selfie. Also ich bin ziemlich schrecklich drauf und Roger ist natürlich immer perfekt drauf. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, momentan habe ich das riesen Privileg, dass ganz viele Türen offen sind. Ich hoffe, dass ich das gleiche erleben darf wie meinem Grosspapi. Dass ich mit 78 noch eine schwarze Piste runtersausen muss. Das ist so ein Lebenstraum. Und alles andere wird sich zeigen. Fest steht aber, die wissenshungrige Ex-Athletin will als nächstes noch einen Master abschliessen. Die beugelt sie aktuell mit der Astrophysik. Aber auch da will sich die Engelbergerin für den Moment noch nicht gerade festlegen. Untertitel ZDF für funk, 2017 Überrasch你的 occupier condENN in der neue Universität und die digitale Mieterin wird hoch und voller Kleistin也可以 accompagneriert. Hier ist die grafen Mieterin im Helmh Songs und die desktop. Vielen Dank.